Hallo, ich habe ein Sonderangebot für dich. Erlebe mit mir und mit anderen Yogis den Yamas-Niyamas-Kurs in einer Kohorte. Die Kohorte geht insgesamt über fünf Wochen und wir starten am Sonntag, den 18. September, mit einer kleinen Kennenlernrunde. Danach treffen wir uns immer am Mittwochabend und Sonntagfrüh. Insgesamt bekommst du elf Zoom-Calls und natürlich Zugriff auf den gesamten Yamas-Niyamas-Kurs. Das ganze Paket bekommst du einmalig für nur 50 Euro. Wenn du dich jetzt fragst, wofür das Ganze, was ist das Ganze, was soll das Ganze? Es geht um die yogischen Lebensweisheiten, die mein Leben verändert haben und ich glaube, dass sie auch dein Leben verändern können. Diese Lebenstipps kann man auf der Yogamatte anwenden, aber auch im alltäglichen Leben. Mir haben sie zum Beispiel in meinen Lebensentscheidungen sehr geholfen und ich finde eine unglaubliche Bestätigung und unglaubliche Stärkung in meinem Leben dank der Yamas und Niyamas. Die Yamas und Niyamas, ganz grob erklärt, stellen quasi das Fundament unserer Yoga-Praxis dar. Sie tauchen in Patanjalis achtgliedrigen Pfad auf und kommen hier quasi an erster und an zweiter Stelle vor. Der erste Punkt im achtgliedrigen Pfad sind die Yamas, der zweite Punkt sind die Niyamas und diese beiden Punkte sind das Gerüst unserer gesamten yogischen Entwicklung und auch in unserem gesamten yogischen Leben. Ich habe sie in Indien noch tiefer kennengelernt und konnte mein Wissen noch mehr intensivieren und ich freue mich riesig, dieses neue Wissen auch an euch weiterzugeben. Normalerweise besteht der Kurs aus zehn Yogastunden, zehn Philosophieeinheiten und einem Booklet mit einer großen Menge an Journaling-Aufgaben. In der Kohorte bekommst du zusätzlich die Möglichkeit, dich mit anderen Yogis und mit mir auszutauschen. Du hast die Möglichkeit, deine Fragen direkt zu stellen, kannst deine Gedanken äußern und kannst dich natürlich auch inspirieren lassen durch mich und durch die anderen. Du bekommst durch diese gesamte Chance ein noch tieferes Verständnis über die Inhalte und natürlich auch die Möglichkeit, dich mit anderen auszutauschen. Ein weiterer Vorteil der Kohorte ist natürlich, dass du dran bleibst. Es gibt kein Schieben mehr, kein Das mache ich später. Wir alle kennen das, ich kenne das auch zu gut. Du triffst dich an festen Terminen mit mir und mit den anderen und schaffst dir dadurch eine wunderbare Verbindlichkeit. Sichere dir jetzt deinen Platz für nur 50 Euro und wir sehen uns bald auf der Matte. Zur Anmeldung klicke auf den ersten Link in der Beschreibung oder gehe direkt auf nyama.academy.com Für mehr Informationen über den Kurs, gehst du einfach auf nyama.academy.com Bitte beachte, dieses Sonderangebot von 50 Euro gilt nur in Verbindung mit der Kohorte. Nach deiner Anmeldung bekommst du eine E-Mail mit allen Informationen über die Kohorte, mit allen Terminen und alles, was du wissen musst. Ich freue mich auf dich, sag bis bald auf der Matte und natürlich auch bis bald im Zoom-Call. Deine Nicole Ich freue mich auf dich, sag bis bald auf der Matte